Der Thermomix ist der beste Freund. Man geht mal nach. Hast du dich mal am Buffet beobachtet? Ganz im Ernst. Solltet ihr die Möglichkeit haben, Maurer mal am Buffet oder beim Essen zu beobachten? Nehmt euch einen Moment Zeit. Mädels, haben wir noch einen Lausenstamm? Ja, ne? Hat dein Schiff dir endlich die Gehaltserhöfe? Falsches Thema. Entschuldigung. Da hab ich gefragt. Hostedosh. Eye of the dosh host. Ist dabei in meinem Namen gesagt? Und fang er an zu erzählen, was er denn so tut. Und bedrohte immer wieder. Ich bin perfekt. Aber 8 nur zu 80 Prozent. Ja, der macht immer dein liebsten Fehler. Dass nichts zu tun wär für mich unvorstellbar. Na? Und wie jetzt bei dir? Und du kannst nicht anders als... Es geht so. Eine Stimme. Zweite Stimme. Es wird bloß drücken. Ich hab mir gehört, hör rein. Ich kann's mal lang. Aus meinem Bauch. Ich will das auch. Und du kannst nicht ganz mitmachen. Hör rein! Warte! Nein! Ich will das auch. Woof! Warte! Ich bin eine Michelinfigur, deine Mutlandschaftshausstruktur. Ich habe Füße und die Brüste ringen, ich bin ein unzuatmen, ein trauriges Gesicht. Weil der Anblick deiner Perfektion dich ungemein gefühlt, du vergisst den Zeitraum aus der Stirn, bis achtest den Moment. Bitte mit mir teilen, wir sind jetzt genießen, sein Leben hier in momentaner Unendlichkeit. Ein Küchenhilfe und eine Dame gegen Dreck soll ich haben. Und mit einem Pool in der Sonne mit einem Sohn in der Hand an meinen Traumladen. Du versprichst mir die Welt und all dieses Scheiß, doch ich will nur den einen. Ich will den Marco Reus. Da hat der mich verschreckt und aus der Fassung gebracht. Da habe ich nun bei Picken meine Fassung vermifft und ihm ganz auf der See auf die Schuhe gepifft. Da beugt der andere sich auf und sagt, das ist total gelohm. Ich habe extra meine neuen Schuhe angezogen, damit er es ein gutverrissender Revier markieren. Doch kann er seine Würde nicht alleine von ihm nehmen. Ich werde schon die Mentor-Modelle sein. Ich werde schon die Mentor-Modelle sein. Aber die wollen bestimmt gerade noch mal Abraut leben. Hast du dich, Mädels, da drüben mal angesehen? Ja. Okay, also, das sind Mädels, die können auf hohen Hacken gehen. Würdet ihr mir das einmal kurz präsentieren? Ich denke, auch ihr liebt, sie bringt mir was mit. Nein, es ist alles für sie. Wenn ich das eine Pommes klauen will, Oha. Ja. Ja. Wunderlei. Nichts dagegen zu. Jetzt geht's wunderbar. Wunderlei. 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 Vielen Dank.